Profi Tom Starke im Tor, Heiko Vogel 2012 mit dem FC Basel Schweizer Meister auf der Bank und rund 4100 Zuschauer im Hans-Walter Wildstadion. Beste Voraussetzungen für einen interessanten Fußballnachmittag in Bayreuth. Die eigentliche Schlagzeile gibt es aber nach dem Spiel, die Altstädter entlassen Trainer Christoph Starke. Kleine Faktoren und der momentane Leistungsstand der Mannschaft seien laut sportlicher Leitung die Gründe für die Freistellung. Die sportliche Bilanz kann es ja auch nicht sein, an der gibt es in den vergangenen beiden Jahren nichts auszusetzen. Und auch wenn Überraschung gegen die Bayern ausbleibt, der große FCB dürfte für die wenigsten Teams in der Regionalliga ein Maßstab sein, sagt auch Christoph Starke nach der 1-3-Niederlage selbst, da ist er noch Trainer der Bayreuther. Gegen die Bayern haben die Altstädter zunächst mal viel Respekt. In der Anfangsviertelstunde haben die Gäste so viel Raum, ihre spielerische Klasse voll zur Geltung zu bringen. In Erdal Öztürk sieht Marco Hingerl völlig frei am zweiten Pfosten. Glück für Bayreuth, dass der zu lange für den Abschluss braucht. Die Münchner weiter drücken, überlegen und egal ob über rechts oder links, für den Bayreuther Strafraum haben sie zu Beginn offenbar Freikarten gewonnen. Irgendeine Extremität kriegen die Hausharren aber immer noch zwischen Ball und Tor, so wie hier Philipp Hannemann. Die Jungs von Eishockey-Zweitligist EHC Bayreuth sehen es mit Wohlwollen. Die Altstädter können die Räume nach und nach für die Bayern immer enger machen und sogar offensiv trauen sie sich was. Christian Böhlein mit schönem Wolli. Was der FCB bis dahin nicht geschafft hat, Bayreuth macht es in der 44. Minute. Anton Makarenko fällt über das ausgestreckte Bein von Leon Fässer. Nicht nur für den Bamberger Bundesliga-Schiedsrichter Benjamin Brandt ein klarer Strafstoß. Der Gefaulte tritt selbst an. 1 zu 0 für die Spielvereinigung. Zur Halbzeitpause ist die Welt noch in Ordnung. Fünf Minuten nach Wiederanpfiff stellen die Bayern aber wieder alles auf. Anfang kurz geschaut, ob Bayreuth beim Freistoß auf Abseits spielt. Dann kommt der Ball genau in die gefährliche Zone auf Patrick Puchegger. Der 1 zu 1 Ausgleich. Aber die Altstädter protestieren vehement. Neuzugang Michael Krämer soll gefault worden sein. Der Ball kommt rein und ich kriege da irgendwie einen Stoß oder werde gehalten von der Seite. Und genau mein Gegenspieler, glaube ich, war es, der dann auch das Tor macht. Sonst kläre ich wahrscheinlich den Ball und passiert nichts. So aber zählt der Treffer. In die Verunsicherung der ersten 15 Minuten fallen die Bayreuther trotzdem nicht zurück. Letztlich ist es dann eine kollektive Unaufmerksamkeit, die das Spiel zugunsten der Bayern entscheidet. Eine ziemlich absehbare Kombination endet bei Karl-Heinz Lappe. 2 zu 1 für den FCB. Ein Unentschieden wäre dennoch drin gewesen. Sebastian Glasner an den Pfosten. Den berühmten Bayern-Dusel gibt es halt auch im Kleinformat. Verständlicherweise setzt Bayreuth in den Schlussminuten alles auf eine Karte. Mit anderen Worten, München hat Platz zum Kontern. Raphael Obermeier frisch eingewechselt mit dem 3 zu 1 Schlusspunkt in der Nachspielzeit. Heiko Vogel natürlich zufrieden. Für Christoph Starke ist es das letzte Spiel als Bayreuther Trainer. Schon diese Woche soll sein Nachfolger präsentiert werden.